Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 8. August. Dreijähriges Kind durch Hundebisse schwer verletzt, 24-Jähriger wegen Mordes verurteilt und zwei Menschen sterben bei Einsturz von Hotel an der Mosel. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Ein dreijähriges Kind ist auf einem Ausflugsschiff auf dem Edersee von einem Hund mehrfach gebissen worden. Das Kind hat laut Polizei Verletzungen an Arm, Kopf und an einem Auge erlitten. Ein Rettungshubschrauber hat das Kind in ein Krankenhaus geflogen. Mittlerweile soll es außer Lebensgefahr sein. Das Kleinkind war der Polizei zufolge am Dienstag mit seiner Mutter an Bord des Schiffes. Als sich beide kurz vor dem Anlegen zum Ausgang begaben, seien sie an dem angeleinten Hund vorbeigekommen. Dabei habe das Tier unvermittelt zugebissen. Ein 24-jähriger Mann aus dem nordrhein-westfälischen Netfehn wurde zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Das Landgericht Siegen sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte vor einem Jahr seine ehemalige Freundin ermordet hat. Die Tat ereignete sich im August vergangenen Jahres nahe der deutsch-niederländischen Grenze bei Emmerich. Der jungen Frau aus Dreistiefenbach wurden insgesamt 29 Stiche und Schnitte beigebracht. Unter anderem wurde ihr die Kehle durchgeschnitten. Nach dem Opfer der damals 23-jährigen Ex-Freundin des Mannes war auch im Siegerland mit Hundertschaften der Polizei gesucht worden. Überführt wurde der Angeklagte unter anderem von einem Zeugen und der damals vierjährigen Tochter des Opfers, die die Tat mit ansehen musste. Seit Mitte Juli ist Enver Savcay neuer Center Manager im Forum Wetzlar. Savcay arbeitet bereits seit 16 Jahren für das international tätige Immobilienunternehmen ECE, das in Deutschland außer dem Forum in Wetzlar rund 100 weitere Shoppingcenter betreibt. Er lobt die Mischung der Geschäfte im Wetzlarer Forum und betont zudem, dass der Leerstand in Wetzlar vergleichweise moderat ist. Man sei immer wieder in Gesprächen mit potenziellen Interessenten. Eines der Ziele, die ihn nun antreibt, ist es, den Besuch der Kunden weiterhin so angenehm wie möglich zu gestalten. Aspekte wie Sicherheit und Sauberkeit spielen dabei eine Rolle. Eine reibungslose technische Funktionalität des großen Gebäudes sicherzustellen sei dabei eine große Herausforderung. Man wolle zudem in Zukunft das Angebot für Jugendliche im Bereich Entertainment vergrößern und möglicherweise auch das Gastronomieangebot erweitern. Insgesamt schätzt Savcay die Entwicklung des Forums in Wetzlar als sehr gut ein. Noch immer ist unklar, wann die Landesstraße 3430 zwischen Eibelshausen und Steinbrücken saniert wird. Dabei steht fest, dass die Strecke dringend saniert werden muss. Im Februar war wegen großer Schäden die Höchstgeschwindigkeit deutlich reduziert worden. Maximal 30 Kilometer pro Stunde waren erlaubt. Die Wintermonate hatten auf der Straße, die ohnehin schon stark in Mitleidenschaft gezogen war, deutliche Spuren hinterlassen. Weitere Risse und Schlaglöcher bremsten den Verkehr nach Dietzhölztal aus. Aktuell befindet sich Hessen Mobil laut eigener Aussage in der Abstimmung für den Beginn der Arbeiten. Die Bauvorbereitungen laufen bereits. Sobald ein konkreter Termin für den Start der Sanierung feststeht, will Hessen Mobil diesen mitteilen. Großes Unglück in einem kleinen Ort an der Mosel. Ein Stockwerk in einem Hotel in Kröw stürzt ein, zwei Menschen sterben. In einer dramatischen Rettungsaktion werden mehrere Menschen gerettet. Ein Überlebende hat fast 24 Stunden unter den Trümmern aus. Unter den sieben teils Schwerverletzten werden vier bereits am Morgen gerettet, unter ihnen auch ein zweijähriges Kind. Die Nachbarhäuser mussten zwischenzeitlich evakuiert werden. Außer dem Hotel seien aber keine anderen Gebäude beschädigt worden, hieß es am Mittwoch. Wie es zu dem Teileinsturz des Gebäudes kommen konnte, war zunächst unklar. Die Grundsubstanz des teilweise eingestürzten Hotels mitten in der Ortschaft stammt wohl aus dem 17. Jahrhundert. Darauf seien 1980 noch einmal zweieinhalb Geschosse aufgesattelt worden. Am Dienstag habe es aber Bauarbeiten an dem Gebäude gegeben. Ob die in einem sachlichen Zusammenhang mit dem Einsturz stehen, müssen die Ermittlungen zeigen. Die Staatsanwaltschaft Trier hat nun ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren eingeleitet. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de. Gude Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, echo online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die NewsmanagerInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio-at-vrm.de. Die Sendung wurde vom NDR live im Auftrag von AllgemeinerIP. Untertitelung des ZDF, 2020